Musik Dann versuchen wir es mal. Ja. Aber... Irgendwie, ich bin sowas von angespannt, dass in jeder Ecke irgendetwas passieren kann. Und ich brauche eine Videokassette. Trinkt nichts. Ich habe keine Shotgun-Munition mehr. Ich bin mir so unsicher. Und was spielen wir das auf einmal? Ich hätte, glaube ich, auf einfach spielen können. Seid doch mal ruhig jetzt. Immer diese Puppen. Warte mal, dadurch hat sie mich nicht gelassen, oder? Irgendwo hat sie mich nicht durchgelassen. Ich glaube, ich gehe jetzt hier lang. Hier ist bestimmt irgendwo eine Münze. Mein Hund hat mich gerade erschrocken. Die Kordel habe ich immer noch. Ich weiß nicht, ob ich die brauche. Braucht sie bestimmt noch für irgendwas. Ich glaube, ich kann hier durch. Ich glaube, ich kann hier durch. Oder? Das ist ja ekelerregend. Ich weiß nicht, ob ich die durch kann. Dann gehen wir mal anders rum. Hm! Andersrum in den Selfroom. Hier hätte ich eigentlich voll dran denken müssen. Ich brauche irgendein Teil für das da, dass ich das benutzen kann. Aber Nein, was ist das hier? Das Defekt aber kann mit einem Reparatursatz wieder einsatzbereit gemacht werden. Und warum? Ich habe doch schon eine Pistole. Das bringt zwar nichts, aber... Ich habe noch vier Inventarplätze frei. Ich glaube, ich nehme das Kraut noch mit, weil wir eine Chemikalie finden. Ist hier echt nichts mehr? Ne, okay. Okay, okay. Warte mal. Ja. Ich will nur Blinden-Munition, das ist euch bewusst, ja. Anderes will ich gar nicht. Ich weiß schon gar nicht, wo ich lang muss, ganz ehrlich. Diese scheiß Familie hier. Ist krank, die Familie. Krank! Gott, wirklich. Ich habe dir gesagt, du sollst hier raus. Die gehört dir! Schnell, 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 schnell. Geh durch. Geh durch. Scheiße, dass ich nicht schade, dass ich nicht, ähm, da hingucken kann. Das ist ja wie Outlast hier. Ja, was soll ich denn eigentlich machen? Das alte Haus nach dem Seelen durchsuchen. Hm. Das alte Haus weiß nicht mehr als du. Ich denke. Ich bin hier. Hier ist die Tür, die nicht zu ist. Wenn ich jetzt hier geradeaus gehe, ist es der Eingang an das Wohnzimmer. Keller. Hier ist der Wasserspeicher. Ich weiß nicht, wo lang. Hier ist der Salon. Ja, Mami ist oben. Ich weiß. Mittlerweile weiß ich, dass sie oben ist. Aber. Sprache. Ja. Ah! Verdammt! Diese Mami ist da hinten. Die Mami patrouilliert in diesem Gang da. Alles klar. Okay. Ich weiß nicht, ob man die besiegen kann. Ich glaube, so einfach kann man die nicht besiegen. Wo bin ich? Scheiß drauf. Wir haben gespeichert. Wenn jetzt was passiert... Okay. Okay. Das ist die Galerie. Irgendwas muss hier sein. Ich weiß nicht weiter, Leute. Ich glaube, ich muss eine Aufnahmepause machen gleich. Ich weiß nicht. Kann man die besiegen? Okay. Warte. Ich hab eh gespeichert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Alles klar. Sagen wir, ständig, aha. Neue auftauchen. Insekten sind mit konventionellen Waffen schwer zu treffen. Am besten ist es sie auf einen Schlag mit einem Brenner. Ja, ist ein gutes Teil. Mensch. Ich hab's bestimmt irgendwo überlegen. Hallo? Ich muss da hinten lang. Wie kam ich da? Ne, doch nicht. Warte mal. Wo bin ich? Ach da. Sie patrouilliert dort. Ich muss da hinten. War das da hinten? Wie kam ich nochmal da hin? Ich weiß, ich konnte da rausschauen. Oh. Na, wir gehen mal hier lang. Ähm. Ähm. Ey, das Viecher sind so eklig. Ja. Boah. Lass mich raus. Danke. Hält mal hin. Komm. Ah. Zoe. Du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, an irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du, mit meinem Altar anzustellen? Du lässt besser deinen dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind dumme Köpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind. Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich, armselig, aber immer so herabschauend auf uns. Und versuchst, dein Zuhause zu verlassen, nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, 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 armselig. Wenn du meinen Altar auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie als Steak. Lecker. Nette Mutter. Also ist hier wohl der Altar drinne, den wir später sehen, werden sehen, fühlen, alles mögliche. Ich brauch diese fucking Scheiße. Am Ende ist es so einfach und ich bin tausendmal dran vorbeigelaufen. Ist hier was? Was? Ich guck mich unten nochmal kurz an. Duck dich. Irgendwas muss hier, was muss es hier geben. Aber es sieht nicht so aus. Ah, eine Chemikalie, guck mal da. Guck mal eine an. Was ich nicht alles übersehe. Die Frage, muss ich das für Schießpulver oder... Ähm... Hab ich eigentlich noch Schießpulver in meiner Drohe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist hier vielleicht noch was? Alles klar. Ich bin irgendwo da rausgekommen. Aber es war nicht hier. Nee. Hier war es nicht. Da. Ich konnte auf jeden Fall rausschauen. Ich weiß nicht mehr wo es war. Wenn ich da lang gehe, werde ich erwischt. Oh Gott. Es kommen immer wieder diese Flammen. Scheißen Dreck. Okay. Okay. Warte. Wir gehen jetzt noch einmal hier runter. Aber hier ist der Keller. Warum macht er hier keine Taschenabahn? Das nervt. Wenn ich diese Korge bin. Wenn ich dieses Ding jetzt nicht endlich finde. Aber ich suche auch immer an denselben Stellen. Ist hier hinter was? Hm. Also die Mutter wird auf jeden Fall beschützt von diesen Mistviehchen. Und so lange können wir sie einfach nicht. Was ist neben mir im Raum? Das Esszimmer. Ist die Mutter im Esszimmer? Weiß es nicht. Oh. Ja, sie ist im Esszimmer. Fuck. Vom Esszimmer kamen wir, glaube ich, da raus. Komm hier hin. Fuck. Ja, 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 ja. Chillt eure Eier. Eure Flügel, meinte ich. Wenn die Omi... Mami, da weg ist. Ich dachte, die fliegen da weg. Nein. Sinds denn nicht. Was ist die Fahne? Hier ist das Esszimmer. Hier. Also da ist eine Tür, okay. Die gehen wir jetzt auch gleich raus. Ich renne die gleich raus. Wenn Mami, ähm, noch da gelaufen ist. Nein. Nein. Okay, ich warte. Gleich. Gleich, 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 Leute, gleich, gleich. Das ist ärgerlich. Ich glaube, die stinkt, deswegen sind so viele Fliegen bei ihr. Wenn sie ganz weit weg ist, ich renne einfach durch. Oh, fuck you. Ja, ja. Nein. Nein, nein. Krähendschlüssel, wow. Mir alles, was du hast. Krähendschlüssel? Ich hab'n Krähendschlüssel. Wir greifen im Häuser nicht anders. Wo bist'n du? Ach, hallo. Scheiße, mach. Okay. Okay. Nice. Mami ist da. Ich hab' den Krähendschlüssel. Gab's nicht auch... Ich glaube, ich geh' erst nochmal ins Haus rein. Normaler Haus. Ja. Das machen wir. Definitiv. Nicht anders, da. Ach! Ja, ich geh' dann gleich normal. Ins normale Haus, weil da gabs' glaube ich auch Krähentüren. Ja, das machen wir. Nichts anders da. Scheiße. Ich werd hiervon nix wegwerfen. Was ist eigentlich hier drin, ne? Dietrich, bitte mit euch. Ich bin nicht wegwerfen. Ich bin nicht wegwerfen. Ich bin nicht wegwerfen. Ich muss mir den Ort merken. Oder ich und merken. Das ist ärgerlich, ich muss gleich nochmal hierher rennen. Nein, rennen! Wo ist der ausgehen? So, Leute. Ich geh jetzt dort in den Safe Room schnell. Und werde in diesem Haus alle Türen aufmachen. Bevor ich irgendwo irgendwas mache. Klappe. Ich bin sicher, ja! Kranke Scheiße, ey. Ich bin echt krank. Kranke als krank. Ich kombiniere das hier jetzt mit dem hier. Ich weiß nicht, ob man den Schlüssel noch braucht. Nicht benutzen? Nein. Nein, nein, nein. Nein. Ich glaube, ich lege einen Prank hier hin. Ja. Okay. So. Ich brauche immer noch Flinkenmonizone. Nein. So. Wir gehen jetzt nochmal ins Haus rein. Ich hoffe, da erwartet uns keiner der blöden Gegner. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, ne Kräentür war hier drin. Ja. Was erwartet uns dahinter? Was erwartet uns dahinter? Ah, richtig. So. Kanadwerfen. Geil. Ich brauche das nur nicht, oder? Okay. Ähm. Okay. Okay. Das geben wir jetzt gerade. Okay. Moment. Okay. Dann geben wir das gerade mal da in den Safe Room. und holen uns das ganze Zeug. Und holen uns das ganze Zeug. Hier kreisen irgendwelche Geräusche. Und die Omi ist natürlich weg. So. So. Und das hier wollte ich weg tun. Und das hier. Und das hier. Okay. So, jetzt gehen wir... Ah, bevor wir... Ja. So. Hihihi. Okay. Jetzt gehe ich wieder... Äh... Hier lang. Ich habe so scheiß Angst. Aber ich hoffe, die ganzen Gegner hier, die wir hier platt gemacht haben, sind platt und bleiben platt. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Nehmen wir erstmal das hier. Denn... Da kann ich das hier nachladen. Ganz wichtig. So. Das hier. Hier brauchen wir auch noch was. Schießpulver. Ist hier noch irgendeine antike Münze? Ja. Ja. Hier ist nichts. Hier. Hier ist nichts. Okay. Mhm. Munition für den Granatwerfer sitzt bei mir von einem weiteren einen weiten Bereich in Flammen ist die Frage was mache ich mit dieser Munition äh mit dieser Chemikalie damit könnte ich glaube ich Flinten Munition erstellen gab es ihn im Haus nur noch eins noch ein Türchen haben wir dieses Bild eigentlich schon angeschaut nein sieht ja sehr interessant aus vertrauenswürdig so wir gehen nochmal in den Safe Room ich weiß nicht ob ich die Mama flammieren kann das ist ganz schön ich weiß nur vielleicht brauchen wir diesen Flammenwerfer sogar ich gehe gleich nochmal nach oben sorry Leute wenn ich so viel speichere ich glaube ich habe keine Lust das ist alles nochmal zu laut ne ah warte ich nehme gerade das hier das hier warte mal einen Moment nein das hier wollte ich nein 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 Kann man das hier eigentlich nachladen? Ah ne, das ist einzeln, okay. Ich glaube, mit dem habe ich... Was ist das? Nervengekommenmonitoria enthalten ein starkes Gift, das sich auf das Nervensystem... ...das oder das? Ist immer so schwierig... ...Leute! Das ist mal 10, das mal 2... ...und das...ja, komm. Jetzt habe ich irgendeine Scheiße gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das gerade behalten soll. Komm, ich bin gerade noch im Haus. Kann ich gerade... Warum ordne ich das eigentlich? Ich gehe jetzt noch schnell nach oben. Gucken, ob es da eine... Ich glaube, da gab es... ...keine Rabentür. Hier gab es definitiv keine. Das ist eine Schlangentür. Hier ist auch Schlange. Dann gab es hier, glaube ich, keine mehr. Ne. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Jetzt ist die Frage. Dietrich. Wir haben einen Dietrich. Wir haben... Ich kenne zwei Kisten. Hm. ... so, was ist das ... Oh, dein Geist! ... Was ist das? Was ist das mit dem? So, jetzt ist das ein Schuss. Wir gehen in. Hören, ich... Wir gehen alle. Ich weiß, das ist ehrlich. Das ist nichts. ich glaube wir holen uns jetzt den dazwischen und alles was platz haben wir ja komm hier ist näher dran ich muss meinen speichern diese geräusche auch immer ich habe das schon mal gesagt aber es sind diese schwarzen es macht mich fertig dieses spiel auch wenn jetzt nicht großartig viel passiert ist in der letzten zeit aber es ist passiert so so Bis zum nächsten Mal.